Folge 2 von God of War und jetzt spiel ich mal runter hier. Ja, praktisch. Mal wieder zurückkehren. Aber warum verbrennt ein Feuer treu Mutters Garten? Und seit wann kommt Drauga so nah ins Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Ich bin fast zu Hause. Sei still. Ich bin bald, boah. Junge. Schon schön da. Oh. Du sollst hier keinen Hacksilber übersehen, Michi. Nein, nicht. Ich meine, so prinzipiell jetzt nicht, dass hier sowas gewesen wäre. Soll ich nochmal gucken? Nein. Dann gehe ich jetzt rein. Ach ja. Dann gehe ich ja. Let's close your head. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hör dich. Du sollst es versuchen. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. What the hell? Los! Komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ja, ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Hm. Hm. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es. Eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh. Du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Hahaha. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Hahaha. Oh doch. Ich denke es schon. Uah. Samar. Haha. Verschwinde von hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest nicht hören. Du wolltest nicht hören. Nein. 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 Ich bin dran. Oh. Hahaha. Hahaha What the f**k? Wirklich unglaublich enttäuschend! Na dann komm! Hahaha Hahaha Mit dem Tiki-Couch erhält er sich aufgetauscht Was passiert gegen den? Huh? Du langweilst mich! Hahaha Was sind denn los? Habt ihr überhaupt Mühe? Sehr schön! Hast du einfach mit dem Zeitpunkt gehen? Geblockt? Ich hab einfach im richtigen Moment die Taste gedrückt Geblockt, ja genau Ja da zum blocken Hahaha Vergessen wie man ein Schild benutzt Da gab es Respekt für den nachher Alles Sogar, ne? Etwas schon alles? Doch Boah permit Nie wissen will der schmerz hört auf ganz einfach wieso sind da drin zwei etwa einen bunten punkt getroffen sinnlos langsam und alt du hättest nicht nach midgard kommen soll willst du es noch mal versuchen du redest zu viel vielleicht redet ja derjenige mit mir den du da im haus versteckt das Fuck! Meine Herren! Spart was Rage! Was war die Ficks reintrücken? Ja. Du bist ein Narr! Dafür habe ich keine Zeit! Was ich ausschalten im Rechten? Ja. Bist du einer von den ganz Fiesen? Sehr schön. Ist die Axt tot drin oder ist die gerade nicht away davon? Geht noch nicht. Geht noch nicht. Du lang weißt mich immer noch! Was hast du zu verbergen? Du bist ein Narr! Scheiße! Dafür habe ich keine Zeit! Bist du einer von den ganz Fiesen? Dreck! Du bist ein Narr! Ja! Sinnlos! Ach! Du langweilst mich immer noch! Oh, fuck. Was ist denn hier los? So, dankeschön. Gutes Gespräch. Da ist er jetzt eh nicht weg. Was ganz komisch war, erst ganz am Ende des Camps, okay? Willst du etwa schon gehen? Das wollte ich euch kurz sagen. Wer kommt denn auch wieder? Ja. Ah, als Odin mich hierher geschickt hat, brauchte ich bloß Antwort. Aber du bist einfach zu stolz. Schleudere, was du hast auf mich. Ich werde nicht aufholen. Der alte Körper wird versacken. Aber bevor ich's zu Ende bringe, solltest du eines wissen. Ich schwöre, überhaupt nichts hier vor. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Erzähl Kratos, dass deine Rache sinnlos ist. Jämmerle. Du kannst nicht singen. Ich spüre gar nichts. Aber du, du fühlst alles. Und doch gibst du dich auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Du kannst mich nicht besiegen. Warum hast du irgendwie Soundträger? Bei dir auch? Ja, der Ton ist irgendwie ein bisschen versetzt. Vorhin, mit dem Ende des Soundträger. Ja. Jetzt passt es wieder. Ja. Ich fühle gar nichts. Gar nichts. Nutzlos. Ja. 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 Ich mach dich fertig. Ja. Ach! Ja! Ach! Ja. Du kannst mich nicht besiegen. Ja! Ich fühle gar nichts. Ich fühle mich. Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Ja, das reicht doch nicht, oder? Wie reicht nicht? Hast du gerade sieben Minuten am Stück zusammengezimmert? Wer war er? Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Faye, was soll ich tun? Saison ist noch nicht dazu bereit, deine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Faye. Sagt mir jetzt nichts. Und ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Aber wir können nicht hierbleiben. Junge. Da war so viel. Ich... Ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, warte. Der Berg. Das wird eine lange Reise. Ja, aber eine wichtige. Wow. Wie ist das denn passiert? Krass. Der Fremde. Ein fremder Mann voller Tätowierungen kam ins Haus und griff Vater an. Der Kampf muss wild gewesen sein. Alles ist kaputt. Vater sagt, ich sei noch nicht bereit. Aber dieser Fremde ließ ihn wohl umdenken. Wer war er? Was wollte er von uns? Wir sind doch niemand. Äh, wie konnte der das denn sehen? Der war doch unterm Boden. Kannst du nochmal gucken, ob das mit diesem perfekten Block da noch bestand? Da oben umschaltest du oder so? Wissen. Ist noch irgendwas? Bessiarium. Gott, der Sven, das gibt natürlich auch noch alles. Halt mal, da war noch eben. Hier ist irgendwas mit Block, Schildkampf. Ah, ich kann mir schon so Shit kaufen. Ich warte jetzt mal, bis das Spiel mir das sagt, bevor ich was falsches kauf. Total verkauft. Ja, äh, das war schon so. Tja. Faxi da. Hey, kommt der Kursstraße. Oh, neues Artefakt Set. Was ist das denn jetzt? Wir haben beim Haus dieses kleine Spielzeug gefunden. Ich hatte doch einmal ein ähnliches. Ich glaube, es ist Teil meines Sets. Wenn wir noch mehr finden, können sie einiges wert sein. Jetzt machen wir den Flohmarkt auf, oder was? Ja, das ist garantiert in der Welt sowas wie Beanie Babys, oder erwachsenen Männer, die die sammeln. Kannst du nicht durch die Tür? Kannst du das nachgehen? Der ist auch zu, Martin. Wie soll denn der da durchkommen? Das geht natürlich nicht. Das ist unmöglich. Hast recht. Das ist mir noch ganz fasziniert. Sag mal, sind das nicht auch so? Das sind keine so Grabsachen, oder? Das ist einfach nur so ein... Gute, dass wir in Hellblade aufgepasst haben. Die Hälfte der Sachen, die sie gesehen hat, war eh nur in ihrem Kopf. Eben, ja. Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Ich habe das Kind schon verloren. 30 Sekunden. Ah. Wie bei so einem Känguru. Du hättest sterben können. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Mit Kreis? Naja. Springen kann er. Darf ich eine Theorie äußern? Klar. Wer damit? Ich glaube, dass das nicht sein Kind ist. Ich glaube, die sind schon tot. Wir sind bereits im Jenseits. Aber dass die den... Ja, mein Gott. Also er hat zumindest, wie man schon vorhin festgestellt hat, war ja nicht dabei, als er aufgewachsen ist. So die letzten Jahre. Aus welchen Gründen auch immer. Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. Hm. War das schon immer hier? Hilf mir mal da rauf. Dann sehe ich mehr. Ja, und wir und die Zuschauer sehen nix, oder was? Es ist schon aus, es gibt eine Menge zu tun. Hä? Also, hier geht's nicht weiter. Außer über diese Brücke. Diese Scheibe müssen wir irgendwas machen anscheinend. Ich könnte mit der Axt wahrscheinlich umlegen. Hier gibt's erstmal wieder was abzukassieren. Komm, tritt ihn weg. Ach Mann. Kannst bestimmt auch das eine, diesen Eimer runterschießen. Direkt, über dir hängt es jetzt gerade. Und hier kann man noch was machen. Das kann man drehen. Kannst du sie runterlassen? Den meinst du? Hier einmal hat das bestimmt was drin. Yes. Ich hab übrigens vorhin Quatsch erzählt, ne? Weil du meinest, hol doch die Axt zurück und ich sagte, das geht noch nicht. Ich dachte, dazu müsste dieses Symbol da unten da sein. Aber das zeigt nur, dass du sie gerade wieder hast. Also wahrscheinlich kannst du die immer sofort zurückholen. So genau bin ich, haben sie es ja auch nicht drin. Aber hätte ich gedacht. Jetzt einfrägen. Geh. Ja. Geschafft. Okay. Fieberrücken, damit der Trio da was macht. Junge. Jawohl. Junge reicht schon aus. Jawohl. Der Junge hat, ja gut, der würde ihn auch nicht Kratos nennen, was er der Vater hat, aber der Name Kratos ist noch gar nicht gefallen, oder hat der andere ihn vorher beim Namen genannt? Doch, der Name ist irgendwo schon mal gefallen. Ich bin gerade so, aber ich weiß... Glaubst du da hinten nicht vielleicht noch was, bevor du hier wegkletterst? Entschuldige, kleiner Bub, der Martin will, dass wir da hinten... Weiß ich nicht. Ja, guck an. Da hinten ist auf jeden Fall noch was. Ja, siehste. Boah, der hätte ich den Schatz im ersten Level vergessen. Drittes. Hackes. Hau es. Können wir da mitmachen? Kaputthauen. Kaputthauen. Ach. Ja, das war jetzt nicht so gut. Herzlichen Glückwunsch. Dürfen Sie noch mal heruntergehen. Scheiße. Ich dachte mir gerade eben, irgendwas fehlt doch noch. Ich habe das Werkzeug vergessen. Moment. Wie komme ich dir jetzt rüber? Boah. Stimme rüber. Boah, boah. Bei der Rechtskarte kann ich mich nicht hoch. Hm? Bei der Rechtskarte kann ich mich nicht hochhüpfen. Das geht nicht. Nee. Das geht nämlich nicht. Ist ja logisch. Aber gerade eben hat nur dieser Stranger so krasse Superhelden-Sprünge gemacht, oder? Kratos hat nur viel rumgehauen. Ja, Kratos war jetzt nicht so drauf. Der hat mich total an den Charakter von Brad Pitt in Snatch erinnert. Der auch so relativ so athletisch ist, aber jetzt nicht so übersässig, muss er gepackt. Da spielt ja auch diesen Zigeuner. Kennst du den Film noch? Äh, ganz vage nur noch. Auf jeden Fall spielt der auch so einen Zigeuner und der tritt dann auch so in so Kämpfen an. Und die anderen sind halt auch mal so riesige, muskelpackte Berge und er ist halt so relativ schmal, aber durchtrainiert. Und so wirkt das auch in der Kampf eben. Sehr geiler Film übrigens. Wenn du in Erinnerung hast, lohnt es sich hier immer nochmal zu schauen. Ja, das habe ich hier eine Abkürzung. Die Dark Souls-Abkürzung. Sehr, sehr geiler Film. Vor kurz auch nochmal Rock and Roller geschaut. Sieh nur. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutz in der Umgebung. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholt? Sie hatte die Bäume für ihren Schalterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm. Wir schauen nach vorne. Wollte die, dass da so ein Roadtrip draus wird? Vielleicht. Wer weiß es, wer weiß es. Wir vielleicht in den nächsten Folgen dann von God of War. Genau. Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal bei God of War. Tschau. 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 Tschau.